oder wir haben einen neuen trieb kann den er gerade anbaut sehr schön gut jetzt kann er die in in wieder verarbeiten zu blöcken und zwar am besten allemal bei bins haben wir ja jetzt genug so da wo ich meine barter abgebaut habe kommt jetzt auch mal der armo stand und das weapon weg hin weppen weg war er und das haben wir noch nicht gebaut okay das muss ich noch mal kurz gucken mechanics workshop siege workshop ich muss echt gucken wo ich den pump mechanism baue rock wheelbarrow illumination kloff kraft nee aberkusse shovel from wood metal strand ladder kraft naja das muss ich das nächste mal gucken wo man den baut ich war eigentlich der meinung man baut ihn auch hier im mechanics workshop aber da kann ich dann gleich noch zwei von denen hier in auftrag geben so und ja ich weiß ich könnte auch alles über den manager machen aber in solchen fällen tue ich einfach ein bisschen fein der tolle ausrede oder der raum ist nicht symmetrisch oder von dir bin ich in der mitte und hier bin ich in der wand ja sollte ich mir merken was macht er jetzt jetzt machte mechanismen toll das heißt eigentlich wenden gegner übers wasser laufen können oder schwimmen können sowie mein hermit jetzt oder ist einfach nur ein guter schwimmer nebenbei zonen so das ist jetzt deine fishing zone fishing und water source so und bei orders können wir ja glaube ich genau activity zone orders sound drinking only sound fishing only so sag bloß die season ist schon wieder fast vorbei nein wir sind immer noch im vierten monat gut was sagen die stocks über käse und meat wird langsam weniger und plants haben wir gerade keine okay ich habe auch gerade keine leeren fässer oder bist du leer oder ist in dir was drin du bist leer und du bist auch leer okay das heißt küche also wir machen jetzt mal essen lavish meal extract blatt make cave fungi cheese oh gott und jetzt kommt die musik make fine meal für fine meal braucht er zwei komponenten also jetzt verkocht da meat und cheese zu essen und kriegt dabei auch mehr raus ja dieses lied ist irgendwie peinlich oder seltsam eben und er macht gerade pause okay währenddessen können wir mal gucken das sind noch drei logs ja schlimm okay die beiden sachen steht schon mal da können wir jetzt hier eine baracke draus machen so make pairwax mhm free room inside so current owner meeting area hospital und ja das liest das ist gerade etwas laut es sei nun ich konnte doch normalerweise diese wo es ist groß genug individuell squat equipment und ob es jetzt habe ich wieder gelöscht und training das heißt ich baue mal hier einen kleinen stockpile hin am besten gleich für ammo so und schreibt noch in die settings das weapons und abo erlaubt sind in apple in ebel und schmeißt das hier mal raus disable disable so jetzt ist er gerade wieder in der pause okay was liegt da jetzt blaues rum keine ahnung auch gut er schläft ist er fertig mit den logs nein combat report und ja diese fighting ach nebenbei das memorial slap müsste jetzt fertig sein haben wir nichts slap alt ist play slap und nein ist immer noch nicht fertig habe ich das nicht in auftrag gegeben ich habe doch das in auftrag gegeben ja eigentlich schon ein grave memorial slap ist das lab noch hier im carpenters im mason's workshop mit was t vergesse immer wieder wurden planks wo ist das lab ist es hier irgendwo drin äh smooth wurden planks äh battle eggs cotton fiber cloth mhm wurden bin lever quiver nö achso da ist das lab oder ja schön memorial slap für den typi da also wenn ich eine slap bauen will das war ja auch alt ist placement ähm nein so nicht view item ja so ja jetzt kommt wieder die hübsche musik store item in bin okay was hat er jetzt da drin gestort nichts das hat er hier zwei bins supi das hat er hier zwei bins supi sehr sehr toll was hat er hier jetzt hingelegt die kobalt battle eggs ah ja er holt sie ab sehr schön vielleicht sollte ich ihn einfach mal wieder auf active setzen dass er sein zeug holt ja er rennt los holt sein zeug äh was hat er jetzt da liegen lassen das klang gerade irgendwie komisch ja das klang wirklich irgendwie komisch was hat er mit dem fass vor store item in stockpile pick up equipment ich hoffe er pickt jetzt alles ab ja get provisions und dann hoffe ich mal dass er sich auch irgendwann mal ammo holt soldier no activity okay dann schicke ich ihm mal jetzt da runter squad a move genau so jetzt nehme ich ihm den schedule weg und cancel die order so was hat er jetzt da gelagert ah er hat alles da auf seinen okay haben wir eigentlich schon essen nein aber den kocher den koch habe ich ihm gegeben oder pfj und bei fishing related kann ich ihm alles fish farming okay aber farming related healthcare farming related habe ich ihm eigentlich alles gegeben oder ja cooking okay und er baut das memorial slab okay das sieht aus wie einfach wie ein grabstein jetzt in dem grafikpack was ich ziemlich cool finde sogar okay 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 Oh, 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 oh.